Okay, weiter geht's. Wir müssen uns mal irgendwo eine Crafting-Station Bereich überlegen. Wollen wir die Richtung Dex oder Richtung uns machen bei Akuma? Was ist eine Crafting-Station? Ja, alles mögliche, wo wir so schmelzen und alle Handwerkdinger einfach mal hinpacken. Ähm, ganz ehrlich? Ja. Willst du das nicht? Ich würde ganz ehrlich... Wow, ist das kalt. Ich hab auch gar nichts an. Ich hab gar nichts dabei. Ähm, hier vorne dieser Poké-Pollbox. Hallo, Dazora. Neben der Pollbox vielleicht? Oder wollen wir die Mitte frei halten? Ist aber auch schön, wenn die Mitte frei ist, ne? Ja, dachte ich, oder? Ja, dann... Aber wenn du es zu mir baust, genau, wenn du es zu mir baust, geht's den Berg hoch. Das ist doof. Wenn es zum Dodo geht... Entweder bei uns oder bei Dodo vielleicht. Aber Dodo ist dann wieder auch berghoch. Ja, halt bei uns, okay. Ja, aber ich würde aufpassen, hier, guck mal, wo ich gerade bin. Ich würde noch hier zwei oder drei Felder noch machen. Ja, ja. Wir können ja bis hier hinten können wir das ja bauen, dann. So, 143 Pfeile. Angeber. Geh doch nach Hause. Ach, du bist jetzt nach Hause. Okay, dann bleib hier. Ich muss mich mal wieder anziehen. Ich bin nackig. Einer kann gleich mal das Lager erweitern. Wir müssten es eigentlich gleich erweitern können, wenn der Ofen fertig ist. So, guck ich nicht. So. Ich war eben zwar ein bisschen mehr ausgerüstet. Leute, für die Leute, die jetzt gerade im Stream dabei sind und die Pause miterlebt haben, sagt euren Freunden, sagt der Familie, sagt Oma und Opa Bescheid, ich bin wieder da. Bescheid. Bescheid. Deinen, vielleicht im Discord. Schreibt mal jemanden im Discord oder sowas. Und macht ein at all. Ein at in everywhere. Everyone. Ach, das geht ja gar nicht. Könnte ja gar nicht. Hahaha. Das kann ja nur. Ich und die Admans und so. Nur die coolen Typen. Wir sollen jetzt eine mittelalterliche Pharmazie-Werkbank. Oh, Medik. Und eine hochwertige Werkbank sollen wir bauen. Hier ist das. Nimm, warte mal. Nimm deine Ausrüstung und deine Pals. Mach dich bereit und besiege den Boss im Turm. Okay, wow, okay. Fange 30 Pals in der Höhe dein Level. Äh, okay. Okay, okay. Was, nur drei kann ich herstellen? Nee. Vereinbar, was ich auch geil finde, wir können einfach ein Lagersystem bauen. So wie das aussieht, diese ganzen Herstellungsdinger greifen auch auf die Kisten zu. Ich konnte jetzt hier bei diesem... Ja, tun sie. Kann ich einfach auf dem Lager verdammt. Alle Metallwaren. Ich baue, wir machen Pippe. Und der Fuchs machte wirklich Metallwaren. Schmelzen. Wow. Ja, Thomas. Ich bin der Magmasaurus. Ja. Ich hatte 21.30 Uhr geschrieben gehabt. 21, 21.30 Uhr. Dann habe ich mich aber bei YouTube nochmal wieder verbessert. Weil, hieß es nicht, dass Leute um 18 Uhr erscheinen? Ähm, nee, das ist... Das Ding ist, bei Steam werden die meisten Sachen immer auf 19, 18, 19 Uhr immer erst released. Aber wegen Xbox-Kram oder sowas wollen wir das woanders eher. Deswegen haben die das wohl dann direkt zu 0 Uhr irgendwie wohl released. Ah, okay. Aber standardmäßig kommen halt bei Steam die Sachen immer erst gegen 18, 19 Uhr. Deswegen habe ich das gesagt. Also die Fehlinformationen sind von mir erst so vielleicht. Ähm, warum arbeiten die... Irgendwann die schlafen da hinten? Helfen wir dann deswegen nicht mit? Ja. Ja. faulen Stücke hier. Die müssen halt auch noch schlafen. Ich schlafe ja auch nicht. Ja, dein. Ich habe noch jemand drei Feuerdrüsen, damit ich noch eine Schmelze bauen kann. Oder soll ich erstmal einen lassen? Sorry, was brauchst du? Drei Feuerseen. Feuerseen, Feuerdrüsen. Feuerdrüsen. Ja, ich habe eine, aber die brauche ich. Ich brauche selber noch drei oder zwei für die Rüstung. Äh, für den Sattel. Dann ist gut, dann behalt. Ansonsten nimm und dann jage ich mir jetzt eben gleich ein paar... Wie heißen die Füchse? Feuerfüchse? Feuerfüchse. Fox. Oh, Fox. So, einmal. Feuerfüchse. Depresso könnte sich ein... Ne, gönnt sich ein Päuschen. Geiler Name. Depresso. Sieht so ein bisschen aus wie Pummeluf, nur im Traurig. Also Pummeluf wäre Jigglypuff. Ah, ne, für euch ist ja Pummeluf richtig. 33 Pfeile. Ist okay. Ist okay. Ist das eins von uns hier, das der hier rumläuft oder ist das ein Wilder? Ich warte, dass es ein Viech, das der auch erledigt hat. Ist das eine von uns? Ich weiß es nicht. Ja, ist einer von uns. Ach, Mann. Siehst du rechts an dem Symbol, an dem Kreis, an dem Blauen. Ah, okay. Na toll. Ein Fallschub verschossen. Von wem ist das Tier? Das krieg ich wieder zurück von dem. Gib das her. Oh. Oh Gott. Achso, ich wollte gerade sagen, ich mach doch gar nichts. Ich hab ehrlich nichts gemacht. Gibt's auch Unterwassertiere? Keine Ahnung. Ich glaub, man kann nicht tauchen. Keine Ahnung. Schade. Also ich geb Unterwassertiere, das weiß ich, weil im Trailer gibt's Unterwassertiere. Also Wassertiere. Also ich hab nur Tiere bisher über Wasser gesehen. Viech. Es wäre sehr interessant, dass ich das Vieh hier einfach hochnehmen kann. Raus jetzt. Wie hast du das? Dann Fire Fox Parks genommen? Wilderer kommen, Leute. Ich hab Wilderer hier bei mir. Wollt ihr ein bisschen mitkämpfen? Äh, wenn du dir das ausgerüstet meinst, die Waffe. Als Waffe meinst du? Ja. Als Flamme einfach F gedrückt halten, wenn du's rausgeworfen hast. Wilderer, da hinten. Boden. Geht nicht, F. Gedrückt halten. Du musst den, du musst den ersten Sattel aufsetzen. Ach, okay. Also wenn ihr Wilderer boxen wollt, kommt noch zu mir. Ich komm. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ach da. Immer an der gleichen Stelle. Ich komm mal in meinem großen Vogel raus. Ich hab'n Vogel. Wusstest du dir schon? Ja. Ja, okay. Dann sind wir, dann sind wir in einer Meinung. Ich hab' auch'n Vogel. Krass. Den hier hab' ich. Ich hätt' auch gern'n Vogel. Du bist'n Dodo. Du hast genug Dodo. Du hast genug Vogel, ja? Ja. Wo kommen die Wilderer box? Bei mir? Komm nicht, der muss ich holen. Immer an der gleichen Stelle. Ach so. Oben, wieder bei der Brücke. Äh, Dodo, hast du noch nicht keinen Vogel? Nö. Wenn du möchtest, kannst du meinen Vogel haben. Oder möchtest du denn eignen fangen? Vielleicht nicht meinen eigenen. Okay, Pö. Ich will dir jetzt hier nicht einen Vogel glauben. Ist okay. Wir laden jetzt alle und saugen die Sachen auf. Oder kriegt die jeder? Nö. Nee, ne? Glauben nicht. Nee. Alle wollen's da haben. Sollen wir mal versuchen, in dieses Dungeon einfach mal reinzugehen? Oder ist das zu zu overpowered? Keine Ahnung. Was sagen sie denn? Welches Level hat denn der Boss? Bin doch da. Ach, wenn man da drauf geht, drauf zugeht oder was? Wenn du drauf guckst, steht da. Äh, der Boss ist Level 13. Das ist so easy. Verschwindet in 105 Minuten. Minuten, das reicht, ja. Äh, ist nicht Schweinewild? Ja, mit 13 können wir sogar schaffen. Ich weiß nicht, wollen wir mal nicht? Ja. Ich hab aber nicht so viele Pfeile bei. Müssen wir craften. Wovor wir reingehen, muss gecraftet werden. Also ich hab einen Bogen mit Feuerfallen, ja. Ich hab einen normalen Bogen. Ähm, also... Weint das Schwein? Äh, ich weiß nicht, hat das irgendeine Feuerattacke kam, glaub ich, äh, äh, Wasserattacke von irgendwem. Der Vogel, den ich hier habe, der ist superschön und superhübsch, den hat der Dodo aber gesehen, aber der Dodo sich ja umnieten lassen hat von dem Vieh, hab ich es eben gefangen. Weil einer muss es ja tun. Aber ich hab den Dodo versprochen, wenn wir nochmal einen sehen, werde ich das dann auch fangen. Geben wir jetzt ein paar kleine Craften. Schön. Ich will diesen, diesen anderen Vogel da haben. Oh, da kommt so ein Elektro, äh, Pikachu-Dingst auf dich zu, also auf die Base. Weiß nicht, hast du einen? Nee, ich hab keinen. Äh, ja, ich hab einen schon gefangen. Glaub ich. Wollte mal gucken, was der kommt. Äh, Elektro, Sandwerk, Transport und Stromerzeugen. Das ist eine von uns, Mann, ey, ich verkeh das nie. Ich schau immer auf, wollt ihr es haben, das Pokémon, das, äh, das, äh, das, äh, Elektro? Nö. Ich hab eins. Ja, das ist meine Base, ich hab mal voll gegen meine Base geknallt hier. Du Vogel. Und das hab ich recht. Das ist er. Hier sind schon jahre diese Lamas, die hier rumlaufen. Ich bin ein Lama und komme aus Yokohama. Ich bin elf und neun. Oh, von wem ist... Oh, da ist so ein Feuerfuchs. Von wem ist denn der Wanta? Ja. Wo hast denn den her? Am Strand. Wo warten die am Strand? Kurz bevor wir aufgehört haben, war ich am Strand. Cool. Ähm, was wollten wir jetzt machen? Irgendein Boss? Ja, ein Dungeon. Oh. Aber ich will mir erst Pfeile herstellen. Wollen wir vielleicht vorher dieses Level elf-Chillet hier töten oder fangen, je nachdem, wo man das fangen kann? Äh... Das ist das blaue Ding, oder? Joa. Ja, können wir machen. Aber ich brauch Pfeile. Ich auch. Ja, ich wollte auch Frau Kott und Koffen beziehungsweise meine eigene Form. Nein, ich drück schon wieder die falschen Tasten hier. So, ich packe den mitteilbaren mal hier mit in diese Hauptkiste in der Mitte. Neben dem Ding. Genauso wie das Horn. Kasern, Holz, Leder, Wolle. Warum habe ich denn so viel Wolle? Oh, ich habe ein Feuerdumfen bekommen. Wo habe ich die jetzt noch hingelegt? Wieso kommt mir keiner helfen? Ach, mein Tier hilft. Super. Der fummelt mir ein bisschen am Hintern. Sehr hübsch. Mir hilft aus, das ist ja noch. Der sollte mir eigentlich helfen, aber fummeln tut er auch. Willst du mir auch hinterm Fummeln, Dodo? Kann er auch mitfummeln. Nein, du fummest ja. Du klausst mir nur die Weg, da. Weg da. Drück bloß nicht drauf, du Dieb. Der Dieb mir immer meine Pfeile weg. Und dann sagt er, hier hast du drei von 55. Hey, hey, hey. Ich habe dir dafür extra welche gebraucht. Hey, hey, hey ist das Huhn von Vajana. Ja. Oceana. Hey, hey. Mohana. Wisst ihr übrigens, warum das in Italien nicht Mohana heißt? Warum? Weil es, Achtung, Kinder ganz gut, Mamas, bitte die Ohren zu halten. Aber wahrscheinlich der gleiche Grund, warum es in Deutschland nicht so heißt. Weil ihr Pornodarstellerin so heißt. Ja, ja. Und damit, falls Kinder das googeln, dann nicht darauf das finden. Richtig. Selbst dein Charakter hat Hunger. Der hat immer Hunger. Das ist ein Dex, Mann. Vielleicht solltest du mal nicht nur Pilze essen. Aber ja nichts anderes. Wo sind denn die Frauen, die in der Küche stehen? Äh, ich meine, wo ist, äh, äh... Ja. Wie war das, was Nelly eben gesagt hat? Was hat sie gesagt? Freut zu werden. Wer hat was gesagt hier? Wer redet hier? Äh, er hat sich mal meine Waschmaschine beschwert. Hab'n gesagt, kommst du doch eine eigene. Dann sagst du, wieso, ich hab doch nicht dafür. Ach, Nelly ist ja, okay, der ist ja da Daniel. Der Bärbel ist ja der Günther. Ich weiß ja. So war das. Warum nennst du dich Daniel, wenn er Daniel heißt? Hallo, spitzt noch mal. Keine Ahnung. Warum heißt du, warum nennen wir dich Dexter, wo du Daniel heißt? Achso, der heißt auch Nelly, oder was? Nö, da ist ja du Knopf. Die Bärbel heißt eigentlich, den nennen wir Günther, aber sonst heißt der Otto. Ja. Und online heißt der Gudrun. 76. Nö, da. Alles gut. Alles gut. Deswegen passen wir auch alle so gut zusammen, weil alle gestört sind. Haben einen... Nee, ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Pau gar nicht. Ich bin normal. Ich auch. Ich auch. Ja, dankeschön. Der Paul schläft vor Stress. Nein, na, guck mal, da hier ist. Da hier ist. Dann soll er in den Baden gehen. Vielleicht brauchen wir noch mehr Badewannen. Ich find den so gut, Pau, den du da hast, den Drachen mit dem Hoodie. Der ist geil, oder? Der ist so gut. Ich find das so schade, dass ich mich auch eingeschafft habe. Ich hab da ganz dran gedacht, den zu fangen in dem Moment. Ich war einfach voll fixiert, auf die Dinger zu schießen. Ich bin jetzt ready. Ja, bist du auch gleich? Bin gleich ready. Ich muss hier noch reparieren. Ich war noch nie ready, aber ich komm trotzdem mit. Auf den Boss gleich auch mal Abälle schmeißen, wenn ihr habt. Ja. Ach so. Aber dann schießen wir ja wieder unsere Pfeile weg, dann müssen wir gleich wieder craften, bevor wir ins Dungeoning gehen. Ich hab grad 50 Pfeile gepraftet und hab 15 Feuerpfeile. Nee, ich... Nee, hab ich nicht alles. Das ist alles zu viel. Ich hab sowas nicht. Ich hab nur, keine Ahnung, 30 Pfeile insgesamt. Ich müsste noch welche craften. Ich könnte mal hier... Dirk, guck mich mal an. Bitte? Bitte? Guck mich mal an. Wo ist du denn? Hier oben. Ah ja, okay. Ah, hier hab ich keine Ausdauer. Warte mal kurz. Ach so. Ah, hast du den schon gecraftet? Ach so, hast den Gleiter gecraftet. Sehr schön. Den hab ich erlernt, aber auch nicht gecraftet. Ich hab ja gesagt, ich hab Essen in die Kiste hier reingelegt. Ich weiß nicht, ob das... Ah, jemand hat schon was rausgenommen. Das sehe ich nicht, da war ja vorher Fleisch drin, rohes Fleisch. Das wurde rausgenommen. Kannst du auch gerne in den Futtertruck machen. Das will ich aber nicht. Das wollen wir doch essen. Ach so. Oh. Also nehmt und tut mir selber rein, wenn ihr was habt. Also ich bin soweit auch, weil ich mach jetzt hier noch so zum Zeitvertrag ein bisschen braten. Ich bin ready. Ja, Sekunde ganz kurz. Ich würd gern noch, ähm... Wie viele Pfeile hab ich denn? 45. Ich hab gelogen mit 33. 81. Ich darf denn mal schon Richtung Brunnen gehen. Nee, ich wollte noch... Ich würde den Boss erst machen. Ach, den Boss. Okay, bin bereit. Bin auch bereit. Ich hab 22 Bälle. Äh, fern. Ich hab auch können. Ach du Scheiße, dafür hab ich ja gar keine gecraftet. Äh, hab ich nicht dran gedacht. Sorry, komm. Ich hab die Hälfte von mir abhaben. Ja, da hast du aber keine. Also. 11 hab ich dann noch. Ja, aber 11 ist ja wenig. Ich hab sieben. Das ist ja wenig. Ich hab grad eben für den Vogel ein paar mehr geworfen. Äh, äh... Lass mich kurz mal... Geh doch schnell. Hoff ich. Was machen wir nochmal dafür? Die Scherben und... Bruchstück. Äh, hab ich nicht. Doch, Bruchstück, fünf Stück. Und dann Stein? Nee, und was noch? Du musst einfach nur gucken. Ja, ich muss... Holz und Stein. Stein. Ich war ja in der Kiste, deswegen wollte ich jetzt grad nicht mehr nochmal raustappen. Du weißt doch. Man muss... Man muss es gemütlich machen alles. Also nix tun heißt es. Hilf dir mal. Dankeschön. Der Affe, der ist irgendwie auch da. Aber ich weiß nicht, was er tut. Der ist irgendwie am Arbeiten. Dankeschön. Dankeschön. Das ist so ne... so ne coole Idee. Mithelfen. Ja. Aber, aber... Ah, nee. Ist mir auch schnell, was passiert. Das richtig rupfeln hören wollt. Ab ins Wasser. Wee! Sollten wir unsere Tiere mit zum Kämpfen mitnehmen? Für den Anfang und dann nachher... Ja, für den Anfang und dann einsammeln. für... Ich würde gerne noch eine Farm bauen. Dafür brauche ich noch mal im Schnellen ein bisschen Steine. Das mache ich eben schnell. Das war mal so. 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 Oh Gott. Was habe ich denn hier angerichtet? Ja, ich habe was in der Nähe angegriffen und alle greifen mit an wie die Verrückten. Der sieht irgendwie komisch aus. Mein Gesicht ist so geil. Hallo, Schneiderratte. Ist das hier der Boss? Das ist ein Boss, ja. Wo bist du? Guck mal. Ach, da oben. Einfach nur ein Stück rechts hoch. Ja, ich muss... Nee, ich muss mal lernen, wer mit dem... Klar, die Farbe... Verstehe ich schon, welche Farbe was ist, aber es muss ein bisschen schneller gehen bei mir. Ich realisiere das immer ein bisschen zu langsam. Da sind wir einfach hier. Wie heißt denn das? Drachen-Pokémon hier. Eskargott. Ja. Warte, Flammenwerfer ist ready. Ich komme jetzt näher. Ach, du Heil. Oh, wow. Der tut weh. Oh nein. Oh mein Gott, der wird hinter mir her. Ist immer noch hinter mir her? Oh shit. Ich kann nicht mehr keine Ausdauer mehr. Gibt's Headshots? Ja, glaube ich, ja. 1% Fangchance gerade mal. Wie kann ich mal die Sphären wechseln? Nein. Schuhe drückt halt nur an drehen, rollen. Au, wow. Oh, in dem Moment habe ich geworfen. Schafft das irgendjemand, mich aufzuheben? Das hat mich gewonshofft. Wir sind alle tot. Ja, Moment. Ach so. Was aufbaut? Können wir uns gegenseitig aufheben? Ja. Auch wenn wir auf dem Boden liegen? Das geht? Nee. Jetzt bin ich richtig tot. Ich will mir irgendwas holen, damit der, äh... Oh Gott. Der gleich wieder. Ich verstehe das nicht. Das mit der Sphäre werfen, verstehe ich nicht. Also mit meiner Sphäre wechseln, meine ich. Das verstehe ich nicht. Q gedrückt halten und dann Mausrad wechseln. Ach so, das drehen, meinst du? Ich habe Q gedrückt und dann, und dann hat der dann wieder... Ja. Ich habe ja die bessere Sphäre, vielleicht klappt die ja besser. Ja, probier. Ja, ja. Würde ich machen, aber deswegen... Fuck. Ja, wow. Rot. Der hat mich totgestoßen. Das stand doch Level 11. So, ich werfe gerade mit dem besseren Ball. Kannst du mich auf den Debs? Oh ja. Oh, der ist doch trotzdem raus. Der ist wieder raus, ja. Aber jetzt... Okay, one shot. Ich wollte euch aufheben. Nix da. Und auch Power aufheben und dann zack. Ja, ein Noise-Born geht, glaube ich, schneller. Ja, ja. Und ich glaube, wir sollten umnieten, anstatt zu fangen. Das klappt nicht. Ich habe gerade den grünen Ball geworfen, das war der Mega-Ball. Und der hat 29% gegeben. Oha, okay. Und jetzt gerne erst mal Sachen aufheben. Mein normaler Ball hat aber 30% gegeben. Okay. Äh, was ist denn jetzt... Oh, wow. Mein Loot hier. Also, ich glaube, das ist einfach zufällig irgendwie. Ob man den fängt oder nicht. Ist mein Loot hier? Das ist mein Loot hier. 9%! Okay. Kappel mal ein Stück weg, Dex. Ja, wir müssen aber ein bisschen schießen. Ach nee, wir können nicht mehr schießen. Ach man, ich habe wieder geworfen. Ich hasse das. Wow. Ja! Ja! Oh nein. Aber warum? Ich glaube, wir müssen es einmal probieren. Wie hat er für mich geschossen? Ich habe da nichts damit zu tun gehabt. Man muss einfach echt oft den einfach fangen und irgendwann klappt das schon. Meinst du? Ich denke schon. Nein, das geht einfacher, schneller. Ja. Das haut echt zu. Ich komme einfach gerade ein bisschen weg, damit ich meinen Loot nicht wieder so Kroke holen muss. Oh, das ist ein guter Tipp. Aber der hat mich eben nicht angegriffen. Zweimal, oder dreimal bin ich jetzt wieder gespawnt und der hat mich nicht angegriffen beim Aufsammeln. Nee, möchte ich auch nicht. Ist das mein Vogel? Das ist dein Vogel, ja. Der ist mein Vogel. Ah, du hast auch einen. Nein, der ist tot! Also ich möchte jetzt euch nicht die in den Winterste Segel nehmen, aber wenn wir gegen so einen Map-Boss schon Probleme haben, was soll denn ein Dungeon-Boss werden? Ja, Problem heißt aber nur, der wäre ja schon hundertmal tot gewesen. Wir wollten den doch fangen. Darum ging es ja. Ja, ist das mein Vogel. Tot? Nee, ist doch egal. Aber ich glaube, das ist vor uns hier neu. Das ist gar nicht der gewesen. Guck mal, wenn man auf der Karte guckt, das ist ein ganz anderes Viech. Leute. Nee, vielleicht wie ein anderer oder ein neuer. Nee, ich glaube mal da hinten hin. Irgendwas macht der, bei mir dreht der immer noch im Kreis. Guck mal. Bei mir im Pfeil habe ich noch. Der hat nur so ein Öl gestroppt. Ja, hier links hoch. Okay. Ja, macht super Spaß. Oh, der ist niedlich. Oh, ein Affe. Für eine andere Farbe. Nee, ne? Nö. Der Fuchs eben, ne? Nee, der Affe. Oh, da links? Ja, genau das ist der Boss, den ich meinte. Guck mal, Elin. Oh, ist der hübsch. Oh, ist der süß. Und das Level 11, den können wir bestimmt fangen. Ja, machen wir. Oh, ja, der ist niedlich. Oh, der ist ja schon ziemlich angeschaut. Oh, der ist ja 28. Ich versuch's mal. 34 Prozent ist aber wenig. Oh, 64 Prozent war's. 64 Prozent war's danach. Macht jemand anderes? Wer, wer, wer wirft jetzt? Ja, wer hat's gemacht? Ja. Ja. Soto. Yeah. Oh, wir haben da Antikpunkte gekriegt. Ich hab so was von dem Ruhkasten. Ich wollte halt die ganze Zeit werfen. Dann war die immer schneller. Nee, ich hab einmal geworfen und dann hab ich den Vortritt auf die anderen gelassen. Ich wollte halt nicht nochmal werfen. Ich hab auch einmal geworfen, aber er ist rausgebrochen. Der ist voll süß, ey. Ich hab einen Bogen, aber ich kann den eben nicht nutzen. Wir müssen das, glaub ich, wenn man sowas macht, absprechen. Das einer wirft, der andere wirft, der andere wirft und so. Das ist immer hin und her. Oh, entweder Feuer oder Gift oder sowas. Nee, ich benutze Munition Pfeil. 56, aber irgendwie. Ach so, ich hab noch... Ah, ich hab auf dem... Nee, never mind. Hab den Fehler gefunden. Entschuldigung, Toto. Willst du ihn haben? Nein, ne? Nein, ne? Aber den nächsten Bus finden, da halte ich mich zurück, okay? Nee, ist doch nicht schlimm. Gehen wir weiter, dahinten? Äh, aber ist er nicht süß. Der ist süß. Mein Gott, der ist so wunderschön. Ich meine, ich weiß. Gibt den so süß. Der hat das Gesicht an. Der macht ne Kühlung, übrigens. Macht ne Kühlung? Ja, ne Kühlschrank. Alter, die süße Augen. Ich bin glücklich. Danke, Leute. Äh, Leute, was... Müsst ihr irgendwas reparieren? Ich müsste zum Beispiel meine Rüstung reparieren, die ist beschädigt. Ein Leben? Äh, oh, meine Rüstung, ja. Außerdem habe ich gerade eben repariert. Die ist okay. Ah, nee, doch nicht. Machen wir uns allen Inventar. Ich habe seltene Pelz in der Tasche. Und ein antikes Bauteil. Ich habe einen Feuerbogen. Gut, Carsten, Akku, mal lernst du schon? Dann spare ich mir den Punkt. Ja, ja, habe ich. Habe ich gelernt. Der Gleiter ist toll. Der ist ja auch hübsch aus, ja? Hm. Ich, äh, ich würde das gleich mal so machen. Wir gehen zum Dungeon und werden dort ein, äh, Crafting-Table, wer ist das nun mal, ein... Oh ja, das ist eine gute Idee. Direkt da vor die Nase da, vor dem Ding. Also, wieso die spawnen, das Dungeon? Aber ist ja kein Problem. Und dann craften wir erstmal da ein paar... Wir können ja die im Nachhinein vielleicht craften oder sowas. Aber erst mal Rüstung jetzt reparieren. Okay, das ist schade. Wenn man keine Ausdauer mehr hat, fliegt man einfach mit dem, mit dem Gleiter nach unten. Ein Feld einfach. Also, das heißt, du musst ja vorher aufpassen, was du tust, ne? Ja. Also, nicht vom hohen Berg runter gleich. Das ist schade. Ich habe für meinen Punkt mal den Futterbeutel gelernt. Ich hoffe, ich kann das für euch herstellen. Weil dann, wenn man drin, die mich hat, dann kann man da wohl, wie es aussieht, Bären reintun und dann werden deine Viecher im Inventar automatisch gefüttert damit. So wie ich das verstanden habe. Wie war noch mal diese... diese... Reparaturbox, Reparaturkiste, Reparaturdings? Wie steht... Da geht man ran. Und dann links steht das. Hä? Du musst ja auch die Reparatur nehmen und nicht die Bau. Das bin doch bei der Reparatur. Ja, da ist das doch das zweite. Genau. Aber du hast doch eine stehen. Ja, die Linke. Die Linke, nicht die Richtige. Das ist die Richtige. Das ist doch die Rechte. Ja, genau, die Rechte. Ach, auf F3? Ja, hab ich doch gemacht. Ach, ja, guck mal. Ich stehe zwar davor, aber der hat das andere Teil immer anvisiert. Guck mal, wenn ich davor stehe, guck mal, ist er anvisiert. Der visiert immer die andere Box an oder den anderen Tisch. Das ist ein bisschen Abstand. Ja. Abstand, Dex. Wir brauchen alle Abstand. Oh, ich sehe gerade, ich habe auch so eine Megasphäre gekriegt. Mist, ich brauche Stoff. Stoff war gerade da hinten. Shit. Ups, auf. Ja, ich kann vier Futterbordel herstellen. Ich mache das mal eben. Übrigens, diese kleinen, niedlichen Pinguine, die machen auch die Paldrüsen. Also vielleicht diese Wasserviecher. Mhm. Hat jemand Wolle? Guck mal, in der Kiste. Ha, ich habe selber Wolle. Ich habe genug Wolle, sehe ich gerade. Habe ich nicht gesehen. Da unten Nahrung. Achso, und dann braucht man einen normalen und dann braucht man einen großen. Okay. Ah, die Stoff brauche ich. Ihr könnt euch gleich bei mir, bei meiner Werkbank, bei Akku mal mir, da könnt ihr euch mal, das ist meine Werkbank, ne? Ja. Da könnt ihr euch gleich mal Futterbeutel einen abholen und dann könnt ihr da nämlich eure Nahrungsdinger für eure Viecher reintun. Kurze Frage. Ja? Wie kriege ich Stoff? Herstellen. Äh, herstellen. Wie? Äh, du gehst, äh, wo war denn das? In der Werkbank auch. Werkbank. Werkbank. Aber muss ich ja lernen, bestimmt irgendwie irgendwas. Ja, ja, genau. Mit Punke. Hol dir ab. Ein Dodo. Kann's glaube ich nur einen mitnehmen. Clown. Ne, hab's alle mitgenommen. Ach da. Ja gut, Mann. Ich leg mal einen hier in die Kiste rein. Ah, ne, tu ich nicht. Ich muss das echt, mein Kopf muss das erst mal immer verstehen, dass ich F drücken muss. Man drückt aber E. Wenn man sich immer wieder, immer das gleiche macht und immer wieder das gleiche macht. Wo war das jetzt? Wo ist das? Hier, ähm, ich packe es jetzt mal hier. Ach, hier ist alles voll. Das kommt raus. Das kommt raus. Das kommt raus. Mein Ei bleibt hier. Äh. Kannst du mal einfach oben sortieren müssen. Was denn ist hin, der Beutel? Hoch weg. Ach, da. Äh, hier, abwerfen. Geht gar nicht. Hä? Ach, nee, ne? Kann es nicht. Abwerfen, warte mal. Ja, das kann ich auch nicht machen. Abwerfen. Nö. Geht nicht. Hab ich zwei. Ja, ich hab jetzt drei. Okay, ach, mal, ich stelle noch einen her. Dann machen wir das jetzt einfach so. Die sind ja billig. Was denn? Was macht ihr? Ich bin grad ein bisschen konzentriert. Ein Futterbeutel, immer noch, Dex. Dex, komm mal zu mir, bitte. Nein, der kommt jetzt nicht. Dann nicht, dann kriegst du kein Futterbeutel für deine Tiere. Dann kriegst du kein Futterbeutel für deine Tiere. Dann kriegst du kein Futterbeutel für deine Tiere. Dann kriegst du kein Futterbeutel für deine Tiere.